Was geht ab, Choomba? Cyberpunk 2077 ist nun endlich draußen und die Welt in und um Night City wartet darauf, von euch erkundet zu werden. Fühlt ihr euch nicht auch wie ein echter Bewohner dieser faszinierenden Stadt? Doch warum ist Cyberpunk 2077 so unheimlich immersiv? Mit welchen Mitteln erzeugt dieses Spiel dieses unwendige Gefühl, wirklich Teil der Spielwelt zu sein und dort ein schon fast zweites Leben zu führen? Diese Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen und dabei durchleuchten wir alle Aspekte, die für das immersive Erlebnis verantwortlich sind und zeigen euch, dass noch viel mehr dahinter steckt als eine fantastische Story, belebte Straßen und actiongeladene Kämpfe. Deswegen anschnallen und kommt mit uns auf eine Reise durch Night City. Und keine Angst, wir werden euch keine Story spoilern, solltet ihr das Spiel also noch nicht in den Händen gehalten haben, könnt ihr ruhig zuschauen. Doch bevor wir loslegen, verratet uns doch in den Kommentaren, für welchen Lebensweg ihr euch denn entschieden habt und warum. Nomad, Street Kid oder Konzernler? Wir sind gespannt, welche Origin-Story wohl am häufigsten gewählt wurde. Habt ihr Cyberpunk 2077 bereits gespielt, könnt ihr euch vermutlich noch genau an eure erste gemütliche Fahrt durch Night City erinnern. Vom Beifahrersitz aus folgt ihr dem Dialog mit Jackie und schaut dabei aus dem Fenster. Bereits hier überkommt euch direkt ein deutliches Gefühl von Perspektive und vor allem der Größenverhältnisse. Letztere sind nahe an der Realität und vermitteln euch direkt eine Idee davon, dass ihr nur einer von sehr vielen Bewohnern seid. Die Handlungen der NPCs wirken lebendig. Jeder scheint seinem eigenen Tagesablauf zu folgen und so verstärkt sich schnell der Eindruck, dass auch dort, wo ihr gerade nicht seid, das Leben seinen natürlichen oder auch unnatürlichen Gang in Night City geht. Dabei sind es nicht nur zufällige Begegnungen oder auch die vielen Verkäufer, die ihrem Geschäft nachgehen, sondern auch die Gebäude, die euch ein beeindruckendes Gefühl von Perspektive und Verhältnismäßigkeit übermitteln. Vertikalität spielt dabei eine große Rolle. Viele Gebäude ragen bis in den Himmel und die Fassaden strotzen von Details wie blinkenden Reklamen oder auch persönlichen Noten der Bewohner. Seid ihr zu Fuß unterwegs, bewegt ihr euch beim Gehen in einer Geschwindigkeit, die sich richtig anfühlt. Ihr habt Zeit, eure Umgebung wahrzunehmen und alle Eindrücke aufzusaugen. Ebenso, als würdet ihr wirklich durch eine echte Stadt schlendern. Bewegt ihr euch in einem Fahrzeug, wird der Eindruck der Größenverhältnisse von Night City weiter verstärkt. Besonders wenn ihr aus der Ego-Perspektive unterwegs seid, bekommt ihr ein gutes Gefühl davon, wie groß die Stadt um euch herum eigentlich ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Immersion der Spielwelt sind die Details, die aufgrund verschiedener Einflüsse entstehen. Jeder Stadtteil von Night City erzählt seine eigene Geschichte. Sowohl die Gebäude als auch die Bewohner sind oft eindeutig zuzuordnen und verraten euch, in welcher Gegend ihr euch gerade befindet. Seien es die Voodoo-Boys aus Pacifica, die gerne in Strandklamotten unterwegs sind und viel Wert auf urbane Körperkultur legen, oder auch die zugeknöpften und gestriegelten Anzugträger, die die Ernsthaftigkeit und den Kapitalismus der Wolkenkratzer im Stadtzentrum unterstreichen. Jede Straßenecke, jede kleine Gasse und jeder Passant trägt seinen Teil zum Gesamtbild einer Stadt bei, die scheinbar niemals schläft. Damit ihr euch als Hauptfigur des Spiels identifizieren könnt, verfügt Cyberpunk 2077 über einen Charaktereditor, mit dessen Hilfe ihr noch vor Beginn des eigentlichen Spiels festlegt, wie ihr ausseht und wo eure Stärken liegen. Auch wenn ihr euch nicht oft im Spiel selbst seht, ist das ein wichtiges Werkzeug, das euch dabei hilft, eure Identität im Spiel wahrzunehmen und so eine persönliche Verbindung zu allen Erlebnissen zu schaffen. In der Rolle von V befindet ihr euch stets mitten im Geschehen, doch ihr seid nicht einfach nur ein Held oder eine Heldin, die tapfer Mission um Mission erledigt und gleichgültig über die spielerische Leinwand streicht. V ist glaubhaft, ihr habt eine eigene Wohnung, eigene Sorgen, Emotionen und zu jedem, dem ihr begegnet, eine einzigartige Beziehung. Aus Bekanntschaften werden Freundschaften, aus scheinbar zufälligen Treffen, Geschichten, die euer Verhältnis prägen. Und dabei ist vieles optional. Ihr entscheidet euch bewusst dafür, zuzuhören oder wegzulaufen. Diese spielerische Freiheit zieht euch durch alle Bereiche des Spiels. Es sind nicht nur die vielen Geschichten, die ihr optional erleben könnt, sondern auch die Entscheidungen, die ihr in ihnen trefft. Es liegt an euch, ob ihr empathisch reagiert oder bei jeder Handlung euer eigenes Wohl in den Vordergrund steht. Und geht es mal ans Eingemachte, ist euch auch hier überlassen, wie ihr vorgeht. Seht ihr euch als Hau-drauf-Söldner oder Söldnerin ohne Skrupel, der oder die gerne schießt und dann erst Fragen stellt? Oder mehr als Diplomatin, der oder die an die Macht der Worte glaubt und selbst dann, wenn es mal brenzlig wird, stets zu nicht-tödlichen Lösungen greift? Entscheidungsfreiheit ist ein wichtiges Thema in der Welt von Cyberpunk 2077. Schließlich handelt es sich um ein Rollenspiel. Und lasst ihr euch auf diesen Gedanken ein, stehen euch viele Werkzeuge zur Verfügung, tief in die Rolle von Wii abzutauchen und euch entsprechend zu verhalten. Dazu gehören beispielsweise auch, dass ihr nach einem langen und anstrengenden Tag in eure Wohnung geht, heiß duscht, noch etwas fern schaut und euch anschließend erschöpft in euer Bett fallen lässt. Am Morgen blendet euch das grelle Stadtbild von Night City und nach ein paar kurzen Vorbereitungen in eurem Waffenschrank und der Wahl eines passenden Outfits beginnt ihr einen neuen Tag voller Abenteuer. Dass diese oft auch Einfluss auf die Spielewelt haben, werdet ihr immer wieder feststellen. Nicht selten seht ihr zufällig an Bildschirmen, die in der Stadt verteilt hängen, dass eure Taten oder Konsequenzen von den lokalen Medien aufgegriffen werden. Night City lebt. Mit oder ohne euch. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Immersion von Cyberpunk ist das Sounddesign. Da hätten wir zum einen den stimmungsvollen Soundtrack, der durch Kooperation mit Künstlern von Grimes, Billie Eilish und Ron The Jules nicht selten für eine grandiose Stimmung im Spiel sorgt. Sei es über das Radio während einer gemütlichen Fahrt durch die verwinkelten Gassen der Innenstadt oder auch in Missionen, in denen die ohnehin schon atemberaubende Action dank der musikalischen Untermalung noch mal auf ein neues Level gehoben wird. Auch Hintergrundgeräusche sollten an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. So subtil sie oft sind, so wichtig sind sie für die Atmosphäre des Spiels. Ihr nehmt Hintergrundgespräche von NPCs, Lüftergeräusche von Klimaanlagen, das Putzeln von undefinierbarem Fleisch auf einem Grill, das entfernte Wummern, eines Autoradios oder auch allgemeines Murmeln in dichten Menschenmengen waren. Überall kommt aufgrund der vielen Klänge noch mehr Stimmung auf und das Gefühl, dass ihr euch in einer lebendigen Spielwelt befindet, wird dadurch umso stärker. Auch hier zeigen sich die Unterschiede der Bezirke von Night City. Je nachdem, wo ihr gerade unterwegs seid, kann es sein, dass die Bewohner zum Beispiel Französisch, Spanisch oder auch Japanisch sprechen. Und versteht ihr mal nicht, was euch gerade gesagt wird, hilft euch eure Cyberware beim Verstehen und zeigt euch direkt in den Untertiteln die deutsche Übersetzung. Was allerdings noch beeindruckender ist, sind die Stimmen an sich. Egal ob es sich um Protagonisten oder um beliebige Bewohner handelt, jeder hat eine Stimme und das sogar in sieben Sprachen, die ihr im Spiel einstellen könnt. Was euch viele der deutschen Stimmen bekannt vorkommen, ist kein Zufall. So kennt ihr die männliche Stimme von V, beispielsweise aus Jax, aus der Reihe Sons of Anarchy und sogar die Rolle von Johnny Silverhand wurde passenderweise genau von Benjamin Fels, der deutschen Stimme von Keanu Reeves besetzt. Sowohl die Qualität als auch die Tatsache, dass jeder Charakter im Spiel eine Stimme hat, tragen so zur Glaubwürdigkeit der Spielwelt bei. Damit das noch besser funktioniert, verwendet sie die Project Red, eine spezielle Technik, die bei jeder Sprache dafür sorgt, dass sich die Lippen der Spielfiguren passend zum Gesprochenen bewegen. Auch in Sachen Sounddesign sind das viele Details, die ihren Teil zum großen Ganzen beitragen. Zu guter Letzt widmen wir uns noch dem Kern des Spiels, nämlich den Spielmechaniken. Dass auch diese wichtig für die Immersion des Spielerlebnis von Cyberpunk sind, haben wir ja bereits angedeutet. Doch wie sieht das im Detail aus? Abseits von festgelegten Ereignissen und Hauptmissionen gibt es jede Menge Spielraum, in dem ihr euch selbst austoben könnt. So könnt ihr beispielsweise durch die Gegend streifen und Überfälle vereiteln, um euer Ansehen auf der Straße zu verbessern und euch von den Cops vom NCPD belohnen zu lassen. Oder ihr besucht alte Freunde und schaut, welche Aufträge gerade so anstehen. Doch diese Aktivitäten kennt ihr vermutlich auch aus anderen Open-World-Spielen. Was Cyberpunk an diesen Stellen allerdings anders macht, ist die Herangehensweise. Viele Nebenmissionen und Aufgaben sind nicht nur optional, sondern können auch einfach übersehen oder überhört werden. Hin und wieder kann es vorkommen, dass ihr zufällig an einem Gespräch vorbeilauft. Entscheidet ihr euch dafür, stehen zu bleiben und weiter zuzuhören, kann dann eine Aufgabe daraus entstehen. Auf der anderen Seite habt ihr mit eurem Telefon die Möglichkeit, andere Figuren im Spiel zu kontaktieren. Dabei kommt es häufig zu Begegnungen und neuen Geschichten, die ihr auch einfach verpasst haben könntet, wenn ihr stur nur der Hauptgeschichte folgt. Auch die Herangehensweise an Missionen bietet euch eine große Portion Freiheit. Das beginnt schon bei der Vorbereitung, die ihr so umfangreich oder knapp ausfallen lassen könnt, wie es euch beliebt. Seid ihr nicht besonders achtsam, findet ihr euch schnell in einer schier hoffnungslosen Situation wieder, in der ihr ohne Munition oder passende Ausrüstung feststeckt und nur mit großen Mühen heil wieder herauskommt. Wie anfangs erwähnt, bestimmt ihr, welchen Weg ihr geht. Schleicht ihr lieber leise durch feindliche Gebiete und schaltet Gegner nur im Ernstfall aus, ist das genauso möglich wie ein Character Build, der beispielsweise vorrangig auf Nahkampf setzt. Ihr entscheidet, welche Mittel euch recht sind, um euer Ziel zu erreichen und die Konsequenzen können immer wieder anders ausfallen. Das gilt auch für Entscheidungen, die ihr in Gesprächen trefft. Ohne euch an dieser Stelle zu viel zu verraten, es gibt viele kleine Momente, in denen euch nicht klar ist, was eure Entscheidungen für einen Einfluss nehmen. Doch wie wir auch schon selbst feststellen mussten, verpasst ihr unter Umständen ganze Ereignisse und Missionen, wenn ihr in bestimmten Situationen auf die eine oder andere Art reagiert. Mega spannend! Egal wie und was ihr in Night City erlebt, eines steht fest. Diese Erlebnisse werdet ihr so schnell nicht vergessen. Cyberpunk 2077 lässt euch nicht nur in eine wunderbar groteske und gleichzeitig glaubhafte Spielwelt abtauchen, es gibt euch durchgehend das Gefühl, ein Teil dieser Welt zu sein. Wir hoffen, ihr Chumbas habt viel Spaß in Night City. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, welchen Aspekt des Spiels ihr besonders beeindruckend findet. Wir freuen uns auf eure Antworten und hat euch das Video gefallen, dann lasst uns einen Like da und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um künftig keines unserer Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns online.